Hallo aus Irland, Aguil Island, ich bin hier auf dieser Insel, vor der Insel von Irland und es stürmt gewaltig, der Atlantik tobt. Der Ton ist wahrscheinlich ziemlich scheiße, entschuldige mich dafür, aber ich fotografiere hier, habe mir eine kleine Auszeit gegönnt, bin ein paar Tage nach Irland geflogen und bereise hier die Westküste. Bis zum nächsten Mal. Ziemlich windig und stürmig hier, Schauer wechseln sich ab, vorhin hatte ich sogar noch kurz Hagel, da bin ich ins Auto geflüchtet, habe mein Equipment gerettet, mich selber auch. Bin ziemlich durchnässt hier, hätte besser meine Regenhose mitnehmen sollen. Ich habe mich hier kurz ins Auto geflüchtet, es regnet wieder in Strömen und doch scheint die Sonne. Mal gucken, ob ich noch einen Regenbogen hier erwische, aber es ist einfach fantastisch schön. Da hinten kommt nun wieder die nächste Front, muss die Kamera mit beiden Händen halten. Das war's hier, Aquile Island, Irland, Küssenfotografie, Schwesterarbeit, aber was für ein Spass. Dank für's Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss. 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 Musik. Musik. Musik.